Eine pro-palästinensische Demonstration in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. In dem skandinavischen Land ist das Verständnis für das israelische Vorgehen im Gazastreifen vergleichsweise gering. Mit einer Initiative wollten Bürger die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest verhindern. Der Wettbewerb findet Anfang Mai in Malmö statt. Ich bin eine von vielen, vielen Menschen, die eine Petition unterschrieben haben, damit Israel nicht teilnehmen darf. Wenn man sich die Eurovision-Haltung gegenüber Russland in der Vergangenheit ansieht, dann sollte man dieselben Regeln gegenüber Israel anwenden. Wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine darf Russland seit 2022 nicht mehr am Song Contest teilnehmen. Israel dagegen wurde in diesem Jahr zugelassen, wenn auch nur unter der Bedingung, seinen Beitrag noch einmal zu überarbeiten. Polizei und Veranstalter stellen sich auf Proteste ein. Wir planen für alle Szenarien. Wir sind auf Demonstrationen in der Stadt und um die Arena herum eingestellt. Und wir erwarten auch Proteste im Inneren. Der Polizei zufolge wurden schon vor Monaten mehrere Demonstrationen angemeldet, die meisten von Unterstützern der Palästinenser. Malmö ist in Schweden für seinen hohen Anteil an Muslimen bekannt. Schon 2013 wurde hier ein Song Contest ausgerichtet. Wir hatten 2013 eine kleine Demonstration gegen die israelische Teilnahme. Wir leben in einer Demokratie und da kann man sagen, was man denkt. Und wir finden, dass das so in Ordnung ist. Malmö erwartet zum Song Contest rund 100.000 Besucher aus dutzenden Ländern. Den Musikwettbewerb werden wohl wieder an die 150 Millionen Menschen live im Fernsehen mitverfolgen.